400W 12V Windturbine Windgenerator Vertikale Turbine Generator Windkraftanlage Windturbinen Generator 3 Klingen Turbine Windgenerator Windkraftanlage 400W 12V Kontrollersystem Elektromagnetismus Angefangene Windgeschwindigkeit 2,5 m pro Sekunde Einschaltwindgeschwindigkeit 2,5 m pro Sekunde Nennwindgeschwindigkeit 18 m pro Sekunde Max Windgeschwindigkeit 40 m pro Sekunde Die momentane maximale Windgeschwindigkeit 45 m pro Sekunde Anzahl der Klingen 3,3 verschiedene Farben Rotordurchmesser der Blätter 0,6 m Klingenhöhe M 0,8 m Geschwindigkeitsregulierung Der Wind stellt sich automatisch ein Windregler Spannung 12V 24V Nennleistung 400W Max Preis etwa 322,88 Euro 50 Cent